Herr Paschke für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollegin Zimmermann, das einzige Monster hier in Deutschland ist das, was Sie immer wieder an die Wand malen. Ich würde vorschlagen, lassen Sie uns doch lieber schauen, wo können wir etwas verbessern und darüber diskutieren, statt dass wir immer das an die Wand malen, die Monster, die es eigentlich gar nicht gibt. In dem Antrag, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ja auch etwas zu loben. In dem Antrag sind einige Punkte, die hören sich ganz gut an und sie benennen auch einige wichtige Baustellen. Damit hatte Ihre Rede aber leider nicht ganz so viel zu tun. Die Verlängerung der Rahmenfrist zum Beispiel oder auch generell die Idee eines erweiterten Zugangs zur Arbeitslosenversicherung finden unsere Zustimmung. Das ist kein Geheimnis. Und dazu gehört für mich noch ein ganz zentraler Punkt, nämlich die Antwort auf die Frage, was machen wir mit denen, die den Anforderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt so nicht oder zurzeit nicht gewachsen sind. Auch für diese Menschen müssen wir eine Chance zur gesellschaftlichen Teilhabe bieten. Denn das Gefühl, gebraucht zu werden und seinen Beitrag leisten zu können, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dabei geht es auch manchmal einfach nur um Teilhabe, einfach darum, einen sinnvollen Beitrag für diese Gesellschaft zu leisten. Und ich finde, da gibt es eine kluge Idee. Statt Arbeitslosigkeit finanzieren wir einfach Arbeit. Passiv-Aktiv-Tausch nennt sich das. Es ist ein ganzheitliches Konzept, in dem wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Aber es wird auch in einem Ihrer Anträge gefordert, aber ich sage noch mal an dieser Stelle, es ist ein bisschen zu einfach, was da drin steht, einfach 200.000 Plätze für ein Förderprogramm zu fordern, und dies völlig ohne Kriterien, die zum Beispiel Mitnahmeeffekte ausschließen. Zum Passiv-Aktiv-Tausch gilt es, hier noch dicke Bretter zu bohren, auch und insbesondere bei unserem Koalitionspartner. In einer idealen Welt wäre es ja ganz einfach. Die Fachpolitiker sind sich weitgehend einig, dass das ein gutes Instrument wäre. Und wir brauchen eigentlich nur noch den Bundesfinanzminister an unserer Seite. Kollege Paschke, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Zimmermann? Ich würde das gerne erst zu Ende führen. Die Zeit war zu kurz. Denn wir brauchen nur den Finanzminister an unserer Seite. Denn natürlich muss man ehrlich sein und feststellen, der Passiv-Aktiv-Transfer kostet erst mal Geld. Daran, den Bundesfinanzminister von einer langfristig so klugen Investition zu überzeugen, arbeiten wir unermüdlich. Lasst es uns doch einfach mal tun. Und dann werden wir auch feststellen, davon bin ich überzeugt, dass es langfristig volkswirtschaftlich günstiger ist, Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Denn wir verhindern damit auch die Spaltung in unserer Gesellschaft, in die, die viel arbeiten und in die, die nicht arbeiten dürfen. Kommen wir zurück zu dem Antrag zur Arbeitslosenversicherung. Wirklich zukunftsorientiert sind die Vorschläge in Gänze dann leider doch nicht. Oder anders ausgedrückt, sie beschäftigen sich eher mit der Frage, wie können wir die Asche bewahren, während die SPD mehr die Frage stellt, wie können wir das Feuer weitertragen. Für mich ist klar, wir stärken die Arbeitslosenversicherung nur, wenn wir sie zu einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln und so Schritt halten mit den Anforderungen unserer Zeit. Die Gefahr einer Dequalifikation wächst für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die immer schneller fortschreitende Entwicklung von Technik, Maschinen und Arbeitsprozessen verlangt nach erweiterten und teilweise auch völlig neuen Kenntnissen. Hier gilt es anzusetzen und die Menschen aktiv dabei zu unterstützen, ihre Qualifikation zu halten und zu erweitern. Das sehe ich neben der Absicherung von Arbeitslosigkeit als zentrale Aufgabe einer zukunftsorientierten Arbeitsversicherung. Das Feuer weitertragen, das machen wir. Mit dem von Bundesministerin Andrea Nahles vorgelegten Gesetzentwurf zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung tun wir nämlich genau das. Wir investieren in eine berufliche Weiterentwicklung und Weiterbildung. Wir öffnen die Aus- und Weiterbildung auch für Menschen, die bisher nicht so viele Erfolge in unserem Bildungssystem hatten. Und wir belohnen Grund- und Weiterbildung, motivieren zum Weitermachen bis zu einem erfolgreichen Abschluss. Und wir verbessern die Möglichkeit einer freiwilligen Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung, damit wir nämlich gerade die Menschen, die sich selbstständig gemacht haben oder die Verwandte pflegen, auch davor schützen, dass sie ihre Ansprüche verlieren. Das sind nur einige Punkte, Brigitte, die mit diesem Gesetz umgesetzt werden. Und damit machen wir einen ersten Schritt in die Zukunft einer Arbeitsversicherung. Die Rolle der Opposition ist da ein wenig einfacher. Der Schritt ist immer zu kurz. Es ist zu wenig oder es ist zu viel. Ich bin da ganz pragmatisch. Lieber viele kleine Schritte in die richtige Richtung als ein großer Schritt zurück. Daher werden wir den Antrag heute ablehnen. Dankeschön. Applaus Der Kollege Kai, bitte gehört.